Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang wird Ihnen präsentiert von M-Plakat. Damen und Herren, ich begrüße heute ganz herzlich auf der Theresienwiese vor der Bavaria. Ich stehe hier gerne, Damen und Herren, weil immer wenn ich hier stehe, dann freue ich mich aufs Oktoberfest. 17. September geht es los und wie ernsthaft dieses Oktoberfest vorbereitet wird, das möchte ich Ihnen heute gleich eingangs zeigen. Weil hier hinter uns, Sie werden lauer, beginnt bereits der Aufbau der nächsten Münchner Wiesen. Manche werden sich jetzt wundern, weil normalerweise ja der Aufbau erst so Juni, Juli startet. Aber wenn ein Wiesenzelt neu ist, wie beispielsweise die neue Breirosel, dann drückt da die Landeshauptstadt auch mal ein Auge zu und lässt die Leute früher ran. Es hat meines Wissens nach sogar schon mal einen Aufbau gegeben, das war dort, wie die Ochsenbraterei war, erneuert wurde. Der ist schon im März begonnen worden. Hier konnte man etwas später beginnen, weil vor zwei Jahren man schon mal begonnen hatte, die Fundamente für die Binder, das sind also diese Holzteile, die es hinter mir sehen, in die Erde hineingegossen wurden. Also das ist schon gemacht und da musste man jetzt nur noch die Schrauben suchen und dann konnte man das Ganze festschauen. Aber wenn es dann beim Aufstellen des Rohbaus Probleme hat, dann ist die Zeit kostbar und deshalb wird jetzt schon begonnen. Also ich möchte mich heute ein bisschen über ein Okturfest unterhalten, vor allem was es mit den Menschen tut, die diese wie sie sind, die dieses Okturfest leben. Und da treffe ich mich heute mit jemand, den kennen Sie alle, Manfred Schauer und mit dem sehen wir uns gleich wieder. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel Der Münchner Stadtrundgang wird Ihnen präsentiert von M-Plakat. Damen und Herren, ich begrüße Sie jetzt zusammen mit Manfred Schauer, dem Schichtel, der hier vor der Scholle steht, wie viel ihm die Welt bedeutet. Wie geht es Ihnen so, wenn Sie da stehen, Herr Schauer? Mir tut nichts weh und normalerweise, wenn ich nicht da bin, habe ich schon wieder Schmerzen. Sie könnten doch sagen, ich freue mich so sehr, Herr Griebel, ich kann es gar nicht sagen. Die Wiesn, der Schichtel ist mein Leben geworden. Wirklich. Wie lange war es das jetzt? Seit 85. Seit 85? 37 Jahre. Und hat das nicht gereiht? Nein. Doch, die erste Wiesn. Vier Tage erste Wiesn habe ich gesagt, ich geh, ich stirb, ich komm nie wieder, das schaff ich nie. Haben sich die Einkünfte im ersten Jahr mit dem gedeckt, was Sie sich erhofft hatten? Oder war das auch so? Wir hatten keine Hoffnung, wir haben nur fixe Ausgaben gehabt. Wir haben die Frau Eichelsdorfer, also meine Vorgängerin, auszählen müssen. Wir haben Personalkosten gehabt, wir haben Anschaffungen gehabt, weil wir haben den Magen ausgepackt. Das war wie eine Zaubertüte, was da rausgefallen ist. Zaubertüte? Ja, ja. Zerfressen und vermodet, oder was? Ja, aber gut, das war ja vorher gestanden auf der Wiesn. Aber da war die Inhaberin, die war ziemlich über 80, die hat sich nicht mehr so kümmern können. Und ihr Mitarbeiter, der hat halt auch nicht so richtig, keine Ahnung, ich will die Mann nicht schlecht machen. Aber ein bissel, wo man gesagt hat, jetzt sehen wir, wo es hingeht. Nach den Investitionen braucht man einen Finanzplan. Die konnte man gar nicht machen, weil wir erst mal schauen, was kommt denn Umsatz? Was kann man überhaupt erzielen? Wie hoch sind die Begleitkosten? Und dann haben wir das Ziel gehabt, nach vier, fünf Jahren soll der Invest-Herrin sein. Und so war's ja. Wie hat denn Ihr Company dort damals geheißen? Der Typ, der große, mächtige Mensch, der sogar Porsche brüllen können hat. Hä? Ja, ja. Das war der Wolfgang Leirer. Ja, der Leirer. Der hat Porsche brüllen. Der war zumindest im weiblichen Bekanntenkreis dafür bekannt, dass der immer die Porsche brüllen schippieren hat können. Der hat mit seinen großen Händen. Also der war nicht besonders groß. Der war so groß wie sie oder ich. Und der hat Kasse gemacht. Der hat Kasse gemacht. Naja, wenn er beim Schichtler war, ist er an der Kasse gesessen. Ja, Kasse gesessen. Und hat mir gesagt, wie's geht und dass wir mehr machen sollen. Schneller, mehrer. Ah, konnte ich mir gut vorstellen, dass es der Mama auch ganz bloß geknirscht hat. Ja. Einen Schauer treibt man nicht an, gell? Weil eh keiner schneller ist als ich. Wissen Sie, wie ich meine? Also um Gottes willen, viele sind schneller oder besser. Das ist gar keine Frage. Aber in dem Metier ... Ja. Schwierig, gell? Ich hooch hin. Heißt aber nicht, dass ich tue, was ich hör. Gibt's eigentlich noch diesen alten Wong, wo das Zeug alles drin ist? Den haben wir ... Ich könnt mich heut wirklich in den Hintern beißen. Den haben wir Ende der 90er Jahre hab ich den dann ... Also Anfang der ... Ja, pass auf. Ende der 90er, Anfang 2000 hab ich ihn verkauft. Verkauft. Und das ... Ja, weil es ist das Museumstücke, gell? Ja. In das Museum, weil er eh nicht reinpasst. Aber er war auch nicht schön. Er war nur alt, mein Gott. Na ja, ich mein, die Schönheit kommt im Auge des Betrachters dann. Ja. Und wer baut dann das dann alles auf? Wie muss man sich das vorstellen? Haben Sie dann Leute, oder ... Das macht ... Also war früher die Firma Deuter. Das zählt ... Mir gehört nur die Inneneinrichtung, weitgehend vom Theater komplett. Und das ist geliehen von der Firma Deuter, die wiederum der Firma Pletscher angehört. Und die machen das wirklich genial. Die bauen so viel auf der Wiesn auf. Und sind zuverlässig, präzise. Also ich muss sagen, Glück, dass wir so eine Firma haben. Und ich sag das jetzt nicht, dass ich einen besseren Preis kriege, weil ich hab meine Indexsteigerung schon gekriegt. 9,5 Prozent. Es gibt so ein Level oder so ein Maß, was das durchschnittliche Leben teurer geworden ist. Und das wird jährlich errechnet. Und das jetzt von 2019 auf heuer mit 9,5 Prozent. Und das steht im Vertrag drin, dass man alle paar Jahre den Index angleicht. Ich versteh's nicht. Was wir jetzt miterleben ist, ich glaub ein Problem, was die dann diese ganzen Wiesentage haben werden. Nämlich, dass die Beschallung von außen her viel stärker ist als die Stimme des Schauers, der die Leute akquirieren sollte. Jetzt leiden da hinten die Glocken. Die hört kein Mensch. Ja, aber wenn da rundum die blären. Kommen Sie da und seien Sie dabei. Steigen Sie zu. Ja, aber das geht. Es ist nur ... Da sprechen Sie grad was an. Ich schätze jeden Kollegen. Jeder arbeitet und kriegt keiner was geschenkt. Nur gegenüber einer Geisterbahn. Das ist halt ... Diese Frequenz, die haut's da durchs Erwaschen durch und überschlagt sich im Kopf. Weil's so pfeift. Weil's jetzt auch noch auf dem Mikrofon hat. Und dann im Kopfhörer. Die sollen ihr Geschäft machen, um Gottes Willen. Aber da muss ich noch reden, und wir heuer vielleicht nicht unbedingt der Geisterbahn hinstellen müssen. Ja, hat man da tatsächlich Einfluss drauf? Nein. Nichts? Aber ich kann ... Man kann bitten alles. Ja, vorschlagen. Die Stadt meint's mir ja gut. Also da darf ich nichts sagen. Da darf ich mich überhaupt beschwenden. Ich meine, es ist uns wirklich gut. Es geht vom Clemens Baumgärtner bis zu den Herrschaften, die eigentlich da vorne in diesem ... Das sind wenige. Das sind 15, 20 Leute, die das ganze Oktoberfest organisieren. Das ist der Herr Spindler, der Herr Orthuber, der Herr André Listing. Das sind die führenden Köpfe. Dann haben's noch andere dabei. Die, glaub ich ... Die, glaub ich ... Die ... Die, glaub ich ... Da hat's auch ein Akkordeon gespielt. Und die ist mir so bekannt vorgekommen. Bis man dann gesagt hat, dass sie im früheren Leben Fahrkartenkontrolleurin gewesen ist. Und dann weiß ich, dass man sie jetzt gar abknüpft hat. Verstehst? Ja, ich versteh. Da brauchen wir halt wirklich den Bezug dazu. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle ... Da kommen die Leute dann raus. Da ist diese Tür, da hinten ist der Ausgang. Entschuldigen Sie, ich interrupt das. Große Neuheit heuer. Das machen wir. Weil die Tür vom Ausgang, die ist ungefähr da. Und da ist so ein großes Fassadenteil. Da steht jetzt drauf, weil hinter der Fassade ist unser Aufenthaltsraum. Der ist dann da, der sogenannte Puma-Käfig. Und draußen steht dann internationales Provinztheater. Darunter steht, die Wiesn wird unter dem Fallbeil entschieden. Dann steht Wunder drauf. Das kommt alles weg. Wir machen einen riesen Bildschirm hin, der sequenziell unsere Vorstellung zeigt. Weil wahnsinnig viele Leute an die Bühne gehen, an die Kasse und fragen, was gibt's denn da? Und jetzt machen wir mal ... Ich probier's, ist es ein Stillbruch? Das weiß ich. Aber wenn nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Also mit diesen 66-Zahl-Bildschirmen in der Höhe aufgestellt. Mal schauen, ob das was bringt, dass die Leute, auch mal wenn's vorbeiging, und es ist tote Hosen auf der Bühne, dass sie schauen, das passiert da drin. Das wird so 90 Sekunden und dann wird's immer wiederholt. Ja, ich versteh schon. Und während der Parade rausgeschaltet, oder? Genau. Weil sonst schauen die Leute den Fernseher und nicht mich. Oder uns. Ich bin auch nur so einer. Wie ist diese, um zum Ende zu kommen? Was gruppiert sich um diese Hinrichtung herum? Weil es gibt ja eine Hinrichtung, das ist der Höhepunkt des Programms. Aber ich erinnere mich, aus meiner Kinderzeit, da gab's noch einen Zauberer, da gab's dann diesen berühmt-berüchtigten Schmetterlingstanz. Ja, ja, ja. Heuer die Erotik. Also, wir haben heuer von, äh, sind ins Buch vom Ruhr geheißen, Sergei Maria. Ähm, ich weiß den auch Künstlernamen, aber ich werden euch, sobald ich hab, ruf ich um, sag ja nicht den Künstlernamen. Ja, aber was machst du denn so? Die binden Publikum ein, machen so, äh, wie soll ich sagen, so Synchrontext. Also, der kriegt das Mikrofon hingehalten und bewegt bloß die Lippen und hinten kommt der Ton und dann werden Interviews gemacht, die ganz witzig sind. Also, interaktiv mit dem Publikum. Wie die Enthauptung auch. Und dann haben wir noch eine musikalische Nummer, da basteln wir noch. Da war jetzt die Melina Schmoll elf Jahre dabei, die hört auf, aber im Guten. Sie sagt, Manfred, irgendwann ist mir gut. Und da suche ich noch einen musikalischen Menschen, nämlich eine Frau, die körperlich fit ist, die tanzen kann, die singen kann, und zwar gelernt singen. Weil sonst hältst du das keine 350-400-mal aus, wenn du das Singen nicht wirklich richtig gelernt hast. Ja, klar. Aber wie ich das so ... Ihren Ausführungen entnehmen, sie brennen schon jetzt, oder? Ja. Lichterloch. Lichterloch. Also, ich sag Ihnen was, zum Abkühlen gehe ich dann in ein Solarium. Ich gehe in ein Solarium. Dass ich wieder kühl wäre. Wie bereiten Sie sich gesundheitlich vor? Ich meine, es ist ja ... Gar nicht. Strapaze, Strapaze, Strapaze. Körperlich schon, ich tue Radl fahren, ich mache ein bisschen was mit den Händen und für die Beinmuskulatur. Einfach, aber ich will sowieso fit sein. Okay. Also, das ist mein Anspruch an mich selber. Und dann einfach die mentale Stärke, die freut auf ... Ich bin so stolz auf das Kabinett, dass ich einer von den Elfen bin und in der Gastronomie, das ist eine andere Abteilung. Aber wir sind immer eif. Ich sage, ich bin einer von elf. Ich bin halt der Leithammel. Aber wir sind eif. Und wenn einer nicht funktioniert, macht's keinen Spaß mehr. Wenn wir schauen mal auf, wird's dann noch ein Schichtl geben? Ich hoffe. Darum ... Dafür hab ich mir nicht jetzt dann ... Keine Ahnung, was alles kaputt gemacht. Und da ... Zum Beispiel jetzt, wie die Barbara Stadler. Da will ich aber nicht davon reden, das wird dir nachvollziehen. Das ist ein Eintritt, ein Zutritt zum Schichtl, der sich entwickeln kann. Da brauchst du nicht schirmen, nicht bremsen. Da musst du einfach ... Das muss gedeihen lassen, es geht oder es geht nicht. Herr Schauer, es war hochinteressant. Es ist gegangen mit Ihnen. Hat schon gepasst. Also ... Sind Sie zufrieden mit mir? Ja. Also ... Doch. Also ... Ich meine, Herr Gribbel, ich kann ja sagen ... Ich tät's mir nicht an, Herr Schauer. Darum bewund ich Sie irgendwo. Ich wär nicht einmal verstanden, wenn ich nix sag, dann müssen Sie mir bloß mal beim Schweigen zuhören. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Gribbel. Der Münchner Stadtrundgang wurde Ihnen präsentiert von M-Plakat. Bis zum nächsten Mal.